Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin in the pipe, 555, jeden einzelnen Tag. Und es ist sehr früh heute. Ich mache jetzt diese Videos sehr früh am Morgen. Ungefähr 8 Uhr lokale Zeit, hier in Dubai. Und das ist eine tolle Zeit, um diese Sendung zu machen, weil wir sehen können, dass es immer heftige Preisbewegungen gibt zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und 12 Uhr Dubai lokaler Zeit. Und in den Zeiten sehen wir einfach die größte Preisbewegung und die meisten Trades, die meistens eintreffen. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Also deswegen mache ich diese Sendung gerne morgens. Also mit dem Gesang. Wir haben etwas Schmerzen, die auf uns zukommen für Bitcoin und Ethereum. Und wir werden darüber reden in der heutigen Sendung. Und natürlich, wir werden uns die Nachrichten anschauen. Also bleibt bis ans Ende dran, weil ihr wisst, wie meine Nachrichten sind. Sie machen einfach sehr viel Spaß. Also bleibt dran, drückt Gefällt mir, abonnier und jetzt lasst uns weitermachen. Also, wir werden uns die Charts hier ansehen. Und ihr könnt sehen, dass Bitcoin sich hier etwas umdreht, auf der täglichen Chart. Aber wenn wir auf die 4-Stunden-Chart gehen, können wir sehen, dass wir hier etwas bärische Signale haben. Wir können hier ein leichtes M sehen, ob wir das hier anfangen und den Weg nehmen oder auch hier anfangen. Und genau hier haben wir ein M von hier nach da. Also, wir könnten den ganzen Weg runtergehen bis zu bis zu diesem Bereich, um den nochmal zu testen, die 21.600. Das wäre ein Ziel für Bitcoin. Aber jetzt, leider, wenn wir uns Ethereum ansehen, das gibt uns eigentlich ein Signal, dass wir hier hingehen zu den 21.000. Wir haben eine große Chance, dass wir uns hier nicht umdrehen. Bei Ethereum ist schon hier ausgebrochen. Durch diese Unterstützung. Zuerst war es Widerstand und dann wurde es Unterstützung und da sind wir durchgebrochen. Und jetzt gerade können wir sehen, dass es heftiger Widerstand ist. Wir müssen vielleicht etwas runterkommen, um dann zu versuchen, da durchzukommen. Aber wir werden über Ethereum gleich reden. Aber ich wollte das einfach erwähnen, da Bitcoin und Ethereum ziemlich ähnlich sind. Und Ethereum gibt uns einfach diese Signale, dass wir uns umdrehen. Dass wir uns jetzt umdrehen. Aber lasst uns runtergehen auf die niedrigeren Zeitebenen, auf der 4-Stunden-Chart und lasst uns sehen, ob wir hier irgendeine Divergence sehen können. Ja, ich glaube, es gibt hier eine. Ich werde das nochmal kontrollieren. Lass uns sehen. Also wir können sehen, dass diese Divergence nicht bestätigt ist. Wir hatten eine von dem Punkt und zwischen dem Punkt. Also diesen beiden. Aber die Frage ist jetzt, das ist bestätigt von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Ist das jetzt eine Divergence hundertprozentig auf der 4-Stunden-Chart? Nein, eigentlich nicht. Weil dieser Punkt etwas höher ist. Der war sehr hoch. Also ja, es gibt keine bestätigte Divergence auf der 4-Stunden-Chart und auch auf der täglichen Chart. Das habe ich mir schon angesehen. Also, vielleicht gibt es dir ein falsches Signal, dass wir weiter nach oben gehen, aber wenn wir uns Itheum ansehen, weil jetzt gerade gibt Itheum einfach den Weg an und es zeigt uns, wohin es geht und jetzt gerade bricht Itheum weiter nach unten und wir müssen einfach sagen, da wir dieses Signal haben, wird das höchstwahrscheinlich bis zu diesem Punkt unwahrscheinlich noch tiefer. Also wir werden höchstwahrscheinlich mindestens zu 38.2 gehen und das wäre bei den 20.600 Dollar und wenn wir diese Wix hier durchbrechen, dann könnte Bitcoin bis zu 61.8 also hoffentlich halten wir die 38.2 weil wenn wir da durchbrechen, dann werden wir höchstwahrscheinlich sehen, dass wir zumindest zu 61.8 kommen. Also wenn wir uns Itheum ansehen, das ist eigentlich genau das gleiche. Wir werden diesen Bereich durchbrechen von 1500 und wir gehen, wenn wir hier die FIPS einzeichnen, werden wir höchstwahrscheinlich bis zu 61.8 drunter kommen und das wäre bei den 1366 oder 1370 also seid bereit auf so ein Szenario, wenn wir die 38.2 durchbrechen. Wir können uns die 38.2 nicht erst ansehen anhand dieser Chart weil wenn wir das tun, dann werden wir den Boden durchbrechen und das wäre ein ziemlich bärisches Signal aber ihr könnt sehen, die 61.8 ist der Ausbruchsbereich von diesem größeren W und das wäre nichts Unnormales, dass wir hier runterkommen und normalerweise sagt man, der Trend ist dein Freund bis ans Ende und ich gehe davon aus, dass es das Ende ist von diesem Bärenmarkt und wir werden höchstwahrscheinlich ein höheres Zief sehen weil das war hier das erste Hoch aber das ist immer noch nicht höher als dieses vergangene Hoch und deswegen wenn wir zurückkommen zu 61.8 und dieses höhere Zief formen und dann weiter nach oben gehen und durch die 1600 Dollar durchbrechen also lass uns rüber gehen zu den Nachrichten und lass uns darüber reden was abgeht die Schweizer Bank sieht sie tokenisiert als erste Privatbank ihre eigenen Aktien ja das kommt auf uns zu Aktien in unserem jetzigen Finanzsystem frag die mal wenn du irgendeine Aktie besitzt sag denen du möchtest das Zertifikat haben das ist fast unmöglich heutzutage es ist manchmal möglich aber meistens nein warum weil die nicht die Aktie haben sie nehmen eigentlich die andere Seite der Wette das wäre genauso wie wenn du zur Bank gehst und sagst darf ich ein Gold Zertifikat oder ein Silber Zertifikat haben und dann bekommst du das und sagst weißt du ich möchte doch lieber das Gold oder das Silber und die werden sagen nein verkauf dein Zertifikat und dann kauf dir das Gold irgendwo oder das Silber und das gleiche ist auch hier sie werden sagen nein nein wir machen das nicht verkauf deine Aktie und geh zu einer anderen Firma wo sie dir das Zertifikat geben aber das machen wir nicht warum weil die nicht die Aktie besitzen oh mein Gott und ich weiß sehr viele von euch werden sagen nein warum sollten die das tun das macht gar keinen Sinn was ist wenn die Aktie nach oben geht ja dann müssen sie mir das Bargeld geben ja und wo bekommen sie das Bargeld her von einer Gelddruckerei und du sagst dir ja aber vielleicht sind sie dann pleite wo warst du im Jahr 2008 es tut mir leid ich muss da einfach drüber lachen oh mein Gott also mit den digitalen Aktien ist dieser ganze Schwachsinn einfach weg in den Aktienmarkt weil du eigentlich deine eigene Aktie besitzen kannst und nicht diesen ganzen Banken ausgeliefert bist diesen ganzen Schwachsinn also das kommt auf uns zu und die Leute werden das benutzen und ihr werdet sehen wie schockierend das wird diese Revolution wenn die Leute die Wahrheit sehen und aufhören der Bank zu vertrauen und ihre Aktien direkt zu kaufen sie werden schockiert sein was wirklich abgegangen ist und werden sagen wow ich habe dieses ganze Geld verloren wegen der Bank ja das hast du weil du eine Bank deine Aktie halten lassen hast ja genau und diese Realisierung wird sehr viele Leute verletzen und deswegen haben die Banken dieses soziale Netzwerk gebildet um miteinander zu kämpfen weil wenn die Wahrheit rauskommt sie werden sicher gehen dass wir uns bekämpfen und das wissen sie und deswegen gehen die sicher dass wir uns gegenseitig bekämpfen also sie wollen nicht sterben und sie müssen sicher gehen dass wir abgelenkt sind von dem was sie machen aber trotz allem Block5 verkauft 160 Millionen in Bitcoin meiner unterstützten Krediten das ist etwas schwierig zu verstehen viele Leute würden denken hier werden Bitcoin verkauft aber nein wenn du das Bankensystem verstehst ich werde das erklären wenn du 160 Millionen Dollar an einen Kredit hast dann schuldest du mir das aber ich habe dieses Asset was du von mir leihst aber natürlich ich kann auch dieses Asset verkaufen und das ist was hier gemacht wird und bei dieser Leihe gibt es 68 1000 Bitcoin Mining Machine ich weiß sehr viel über Mining ich glaube wirklich Geld auszugeben fürs Mining ist keine gute Idee es sei denn du leihst das Geld du kannst viel mehr Dollar machen aber dir wird nie die Menge an Bitcoin garantiert die du erhältst durchs Mining also was meine ich damit also wenn ich ein Bitcoin nehme und den in irgendein Mining System investiere werde ich einen Bitcoin zurück bekommen und die Antwort ist höchst wahrscheinlich nicht und deswegen wegen der Elektrizität und die Kosten von diesem ganzen Equipment und die Zeit die ich brauche bis um diesen Bitcoin zu meinen könnte dich ins Minus bringen anhand der Menge von Bitcoin die du bekommen kannst während des Minings aber das bedeutet nicht dass du eigentlich profitieren kannst in Dollar also du kannst in Dollar profitieren aber vielleicht nicht eine Menge an Bitcoin so stellt sich Satoshi Nakamoto die Funktionsweise von Krypto vor da erwartet wird dass die globale Rezension mehrere Branchen weltweit schrumpfen lassen wird findet die E-Commerce Branche eine Rettungsleine in denen sie Kryptozahlungen akzeptiert also Satoshi Nakamoto hat ein Zahlungssystem integriert und die Leute werden ihr Job verlieren und werden den Weg in eine Industrie suchen die gerade wächst im Gegensatz zu einer die gerade kollabiert und Kryptowährungen sind gerade am wachsen und deswegen ja wenn wir die Rezension sehen dann werden mehr Leute in der Krypto Industrie einen Job suchen viel mehr als schon vorher warum weil es sehr viel Wachstum gibt massiven Wachstum also der weil all das eintrifft steht hier die drohende globale Rezension die sowohl die Finanzexperten als auch Regierungsbeamten also ich bin schockiert dass die federale Reserve überhaupt gesagt hat dass wir eine milde Rezension sehen ich mache mir darüber Sorgen weil das ist das erste Mal dass sie das je gesagt haben also dass irgendeine Rezension kommt zwingt jedoch jede Branche dazu aggressiver zu sein wenn es darum geht neue Einnahmesquellen zu finden um 2023 über Wasser zu bleiben also ja das ist das Problem und natürlich auch die Versteuerung wenn du dir den Chart ansiehst ich wünschte ich hätte das geöffnet von den Regierungseinnahmen und den Aktienmarkt wenn der Aktienmarkt fällt normalerweise wäre das egal mit den Einnahmen der Regierung aber jetzt seit dem Jahr 2000 ist der Aktienmarkt und die Einnahmen der Regierung sehr stark gekoppelt wenn die Aktien runter geht die Menge an Einnahmen diese erhalten fällt signifikant also sie haben große Probleme also sie brauchen neues Geld und Geld ist Schulden und Schulden sind Geld und deswegen wenn die nicht die Zinsen darauf zahlen können dann müssen sie drucken also das ist ein sehr interessanter Artikel und ich wünschte sie sie könnte damit aufhören dass ich ihm vertraue und dann wieder nicht vertraue wenn er nichts sagt und irgendwas ist dann habe ich Vertrauen aber wenn er irgendwas sagt dann verliere ich den Vertrauen Sisi sagt dass FTX 43 Millionen Nachrichtenorganisationen gezahlt hat um Binance FAT zu veröffentlichen ok erst heute darüber dass das eintrifft aber dann sagt er ich glaube nicht das wird aufhören aber ich glaube nicht das wird uns sehr viel stören in der Zukunft was erst riechst du dich auf und dann sagst du das ist kein Problem warum riechst du dich dann erst auf warum ehrlich gesagt wirklich warum kannst du nicht einfach gar nichts sagen nichts negatives bleibt einfach positiv und das war's bitte Sisi stelle dich hin als ein Geschäftsführer immer positive Nachrichten immer positive Sachen wenn irgendjemand etwas gegen dich wirft verändere es in was positives weine nicht über den Markt oder der Markt tut dir irgendwas schlecht an lass es einfach gehen heul nicht heul nicht und riech dich nicht darüber auf weil das verliert einfach mein Vertrauen weil hey wenn du dich über den Pfad aufregst dann bedeutet das dass es dich effektiert das war's das effektiert dich negativ also ich glaube dass es einfach nur dein Bankkonto affektiert und nicht dich als Firma dass die Firma kollabieren könnte wegen diesem ganzen Pfad ich glaube ich glaube dass ich recht habe ich hoffe dass ich recht habe bei Binance hat das überlegt diesen Angriff und wir können das sehen weil wir immer noch Geld ein und auszahlen können ohne Probleme und wir haben keine Probleme bei Binance und das ist der Punkt und nicht was Cisi sagt also mit dem gesagt geht sicher dass ihr euch Bitcoin besorgt während diesem Damm weil es sieht so aus als ob wir uns hier umdrehen jetzt ist deine Zeit um einzusteigen mit Dollar Cost Average in Bitcoin weil Bitcoin hat jetzt den Boden gefunden wir müssen diesen Boden vielleicht noch mal testen um die 18.000 oder vielleicht sogar bis 17.000 runter und dann werden wir abhehen dann heben wir einfach nur ab wir gehen nicht mehr unter die 15.000 überhaupt nicht für Bitcoin also Boom danke dass ihr alle geschaut habt und wir sehen uns morgen ciao Bis zum nächsten Mal